Für das kleine Häuschen hinter der Messstation in der Reutlinger Lederstraße hat jetzt wohl das letzte Stündlein geschlagen. Es soll abgerissen und durch eine begrünte Stahlkonstruktion ohne Dach ersetzt werden. Von dieser erhofft sich der Reutlinger Gemeinderat eine bessere Luftzirkulation und damit, Zitat, objektivere Messwerte. Als reine Kosmetik für 350.000 Euro bezeichneten die Räte der Grünen Fraktion die geplante Maßnahme und stimmten als einzige gegen den damit gefassten Baubeschluss.